Wechseln, nicht so, nein, nein. Nein, es fällt eine Note, eine Note fällt, 16. Also Strich und Punkt, ja, Strich und Punkt. Das klingt vielleicht komisch, aber ich lasse keine Freiheit in meiner Musik. Ich überlasse einem Interpreten kaum etwas, was er so machen kann, wie er will. Deswegen sind die Proben nötig. Entschuldigung, Herr Benderet, ich würde mich sehr gut zustimmen. Vielen Dank, Dankeschön. War das arrangiert? Ja, das ist schön. Nein, bitte. Ja, danke. Wir haben einen guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020